Hey Leute, es ist Valentins Tag! Ist das nicht der nicht schönste Tag des Jahres oder so? Ja, das ist ein Spiel. Und wir werden jetzt ein wunderbares Spiel spielen, das nur Leute spielen, die heute nichts Besseres zu tun haben. Zum Beispiel vielleicht wir! Ja, genau! Versuchst ihr euch den Valentins Tag, in dem drei Herren Dating-Sins spielen? Jetzt sagst du nicht etwas, was ihr schon vorhin habt? Mit einer ganz neuen Übersetzung! Ja, genau! Im Überspiel haben wir hier schon gesagt, Panzer Madels! Natürlich ganz klassisch, japanisch, deutscher Titel! Ohne Umlauter! Es ist ein Spiel von Amis, wohlgemerkt. Es ist ein Spiel von Amis, auf den Style gemacht, wie diese ganzen klassischen Visual Novels. Die Design hat wohl so Dennis Heinrichs gemacht. Ja, erstens das, zweitens! Ne, und der Twist an der ganzen Sache, es ist ein bisschen so wie dieses Haterful Boyfriend. Boyfriend? Das war ja mit Tauben. Und hier datet man zwar Anime Mädels, aber die sind in Wahrheit Panzermodelle. Dabei ist es gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt ja dieses Handy den asiatischen Raum, wo alle so, was weiß ich, Kampfschiffe sind. So Flugzeugträger, das ist da ganz groß. Okay! Und das sind dann halt Mädels. Das ist, ähm... Also, die haben dann einfach so Kanonen drin, sind Kampfschiffe. Das ist ganz groß. Das ist wunderschön und unglaublich romantisch. Ja! Also ich glaube, wir starten einfach mal in dieses neue Spiel, das wird einfach fantastisch. Ja bitte dann, hört die Musik endlich auf! Hoffentlich! New Game! Man sieht schon ein bisschen wie Ohren. Schwarzblende. Nacht. Mhm. Ja. Only the end, have seen the end of war. Warte, Benito Putin? Prime Minister von, von... Irgendwas... Ich glaube, das Spiel geht jetzt schon gut los. Alla! Das ist doch einfach nur ein Filter, oder? Das ist ein Foto. Ursprünglich. Und dann einfach nur so einen leichten Weichzeichner drüber. Ja ja, die Games machen das teilweise, ähm... Okay. Erwin. Das ist wahrscheinlich unser Hauptheld. Mhm. Okay. Ich würde sagen, du übernimmst Erwin. Oh Gott! Nein! Einer von uns sollte den nehmen, weil er ist dann die innere Stimme von Erwin. Ah, okay. Okay. Dann übernimm dich Erwin. Okay. Und ich bin deine innere Stimme. Ich möchte sowieso ein Mädchen. Sonst haben alle Angst, dass ich wieder zum Franzosen wechsel. Also ich spreche eindeutig die ganzen russischen Panzer, aber dazu kommt wieder. Ähm... Die einzige richtige Art, diesen Text auszusprechen ist... Äh... Und... Muaah... Wie Muaah... Wie... Und... Äh... 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 I can't believe I overslept... Gunny. Gunny. Gunny is going to have my head for this. Wait. Never mind. It's the first day of class. Es ist immer der erste. Ja. Es ist der Standard Anfang eigentlich. Oh shit. It's the first day of class. Okay. Und jetzt geht's los. Das ist ja auch ein Foto, oder? Alter. Es ist ein ganz billiger Photoshop Bild. Aber richtig. Das sieht nicht mal ansatzweise gezeichnet aus. No effer whatsoever. Okay. Also wir sind auf dem Weg zu einer neuen Schule. I have no idea what this new school is. Why did they put a tank school in downtown Akihabara? Tank school? In downtown Akihabara. Aha. Ähm... Tank school... Was ist das eigentlich nochmal übersetzt? Das heißt ja nicht wirklich... Panzerschule. Alles klar. Also... Das ist alles übrigens Englisch, ne? Was? Es gibt keine deutschen Bildschirmtexte. Commander Obvious. You've been jogging the last few blocks before finally coming to the gates of the school. Oh, aber das musst du so cutesy wie möglich hinaus sprechen. Hey Senpai! Oh baby! Okay. Wir müssen mehr trinken. German! You're late again! Sorry Senpai! I couldn't find my arm excursed this morning! Oh fuck! Oh shit! Ich habe ein bisschen verloren! In hier! Scheiße, Sergeant. No excuses, Sherman. Take your seats. That means you too recruit. He says, looking back at you. Was ist denn da los? Klasse! Sherman and our new recruit are volunteering for cleaning detail this afternoon. Senpai! Okay. Frage. Mit welchen Erwartungen ist denn da? Ich bin da nicht. Weil du schreibst dich doch da ein. Wahrscheinlich ist er Austauschstudent. Ja. Und man geht nur hier in die Schule ohne zu wissen, was da überhaupt Phase ist. Naja, er hat halt, die Beschreibung war eindeutig Tank School. Und deswegen fragt er ganz logischerweise, what? Tanks? Und... Hat er gehofft auf Frauen in Tangas? Ja, da ist ein K am Ende. Didn't you hit the sign out front? Tank School! It's pretty obvious. Das versucht ihr gerade zu erklären. Ja, but I thought it was Tank School, like normal. Das ist unglaublich. Eigentlich macht es viel mehr Sinn als man denkt. Okay. It's just a typo. Oh! Cut the chatter back there, recruits! Was? As you speak, the sound of a tank motor stalling suddenly wars behind you. Okay. Oh, look out! Okay. Oh, look out! Oh, look out! Oh, ein Quietschgeräusch beim Panzer. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. Is she okay? Wow! She peeks her hat back out, blushing red and looking very shy. Okay, noch so'n IS-2? Was das mit einem Russe? Ich mach das mal mit einem Russe jetzt. Pfff, die sich alle Rollen an sich reißt. Eine Sau. I'm sorry. Are you the new boy? Boy! Oh, yeah, I guess I am. Oh, yeah. Well, I wanted to ask you something, if that's okay. Sure. Well, have you ever been inside of a tank? Oh, wow, yeah. I don't even know that. The bar is dimly lit and it smells of sweat, alcohol and do I smell Cosmoline? Yeah. Well, I'm so sorry. Something like Kervosin, right? I'm so sorry. In the background, a beat up radio plays soft jazz music. Okay. I'm so sorry. Okay. You're a crusty bearded man peers out at you from behind an open bottle of vodka. Of vodka? Okay, auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Assegut. Genau. His eyes meet eyes too and he takes this week. Oh, okay. Das ist alles ich. Jetzt komm, du kannst dich jener auswählen. Aber natürlich. Nein! Okay, na gut, dann übernimm den Eino. Okay. What can I get you, товарищ? Okay. The usual. And Erwin here will have something hard. Okay. Ein Glas Wasser. Hey, warte mal. Ein Glas Wasser, bitte? Ein Glas Wasser, bitte! Aber das ist ja... Damit hab ich nicht gerechnet. Jetzt hab ich die Qual zwischen... Hier, die Qual der Wahl zwischen Something Hard und Ein Glas Wasser, bitte! Ich hätte ja gern EIN Glas Wasser, bitte! Also wenn wir uns bei ihr zwei einschleimen wollen, dann nehmen wir auf jeden Fall Something Hard. Und Erwin, sie haben ja, dann bist du für drei Wochen schwarzbild. Ich glaube, ja, das machen wir. What day or she's having? Heads, man. Du bist keiner wass. Das stimmt, verdammt. Ja, ja, das kommt von einem Mann an sich dreißen. Ja, dreißen, sorry. Alright, two white Russians, make them double. Don't spill silly, finish your drink and let's dance. Okay. I kinda can't breathe. I can't breathe still. You spoil sport. That's okay, you can watch. Don't be picking up my armored skirt. She makes her way to the musky floor on the mostly empty bar and begins to dance. Und die Frage ist, wie bin ich hier nur rein geraten? Saxon laced innuendo? Das müssen wir nicht vorlesen. Das ist... What? Maybe somebody that... That is what I didn't say about dancing in bar? Okay, es ist gut, dass wir trinken. Alright. She winds and joins me back in the bar. Oh Gott. Oh Gott. Sie hat aber auch das crazy Ei, ne? Ja, ja. Also die... Das Ei, ne? Die muss... Never ever. Die nicht. Die ist crazy. Naja, aber wir müssen sie auf einen guten Weg hin, ne? Ja, aber... Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. So... Das war das unbedingt mit dir was. Ich wollte einfach nur meinen Russen wieder raushängen lassen. So weit hab ich gar nicht gedacht. Jetzt bist du bei meinen Russen sehen. Oh Gott. So... Did you like your first day at tank school? Ah, ja gut. Keine Ahnung. Es war weird. Nein, nein. Er meinte das ehrlich. It was... Really... Really weird. I'm having trouble getting over the fact that you're... A tank. Ich auch übrigens. Ja, natürlich. Ich glaube wir alle. Well duck, cutie. Why else would I be there? Well, for you it makes sense. You're a tank. A cute tank? Oh nein! Ich flotte mit mir selbst! Ja, sure. I knew it. Let's dig. Oh man. I'm gonna head home, Erwin. What's my number? Nein, 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 nein. Just speaking just for sale. Nein, it's fine. I'll see you around school sometime. 7865193708. Call me. Won't you? 11996. Oh Gott. Sie so ne bitch. Alter. Nein, nein. Flüchten. Flüchten gets up from her seat and winks at you as she walks out. Nein. Red flags überall. Alarm. Alarm. Wee, 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 wee. You finish the last of your drink. Why? And then the bartender puts out his cigarette. That would be the same thing. I didn't think you were allowed to smoke in bars in Japan. Ah, so I'll do the same thing. You could do the same thing, Barholz. Do be a little. Zuckerblatt. Zuckerblatt in bar. But not throw you out. Yet. Ich mache mal den aufgedrehten Style. Ah, it's nice to see you, Erwin. She says shyly. Ja, ja, my ass, Alter. Okay, weil die auch wieder zu aufdringlich ist. Wir flüchten einfach vor den Frauen. Das ist nicht gut, ne? Eigentlich, wir müssen mal langsam hier... Aber das ist jetzt schon sehr lehrreich. Dieser Abend zeigt uns deutlich, wie wir hier gelandet sind. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ich dachte, sie hatten wir noch nicht so. Wir müssen besser kennenlernen. Essenz, das Motoröl. Das Motoröl, ja, ja. Das geht runter wie Motoröl. Die Panzerketten. Du musst immer get in gear. Oh, Jesus, immer diese Panzer-Jokes. Hey Tiger, willst du deine Hilfe mit deiner Scavengerhund? Gut, Tiger 1. Tiger 1, Bila. Die Prezeption. Ich spreche eigentlich nicht mal was einführen. So, ich sage den Akzent. Langsam hau ich den raus. Jetzt wird's gerade wieder beide schon. Ja. Das hatte ich davor sehr lange. Okay, das brauchen wir. Man, da sind so viele verschiedene Kleine. Ich bin übrigens sehr enttäuscht, dass wir noch keine Brüste gesehen haben. Ja. Ich glaube, dieses Spiel ist dann relativ geizig. Und vor allem ist es auf Steam. Da wirst du sowieso nichts kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dennoch kann man ja die bekleiden. Also sie könnten wenigstens größer sein. Ja eben. Also ich bin da schon echt ein bisschen geworden. Ich meine, das Spiel versucht japanisch zu sein. Niemand in Japan. Japaner würden denken, das sind Jungs. Unter J geht da nichts. Ich glaube, die wollen für alle was dabei haben. Aber da ist ja noch nicht so für jeden was dabei. Das habe ich ja verstanden. Panzer 4 ist glaube ich die Juggle Queen. Keine Ahnung. Aber hier. Ja ja. It's beautiful. It's beautiful. It's like wearing art. Ha. I have a really lot of clothes that way. Oh wow. Da ist der Hook. Damit kriegen wir sie. Ich denke, ich glaube, du bist sehr interessiert in Fashion. Ja. Ich denke, ich sage immer, dass es ein Armut skert für jede Art ofen Engagement ist. Aha. Aha. Right. Ich weiß nicht, was du guten Outer Sergeant wollen. Wir haben so viele, die wir auswählen. Du wirst nicht vergessen. Du wirst das jetzt nicht. Wir können uns aufhören. Ja. 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 Oh, look. Swimsuits. Let's look on the horse. She drags her by the hand over to the swimwear section and begins to browse about. Alles klar. You know, I think you think this fan, this tan one would look... Oh, god. Falscher Satz komplett. Was heißt? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Da fehlt das. I'm thinking. Du musst da raus. By sheer coincidence. Also, es ist schön, dass mein Gedanken davon verloren hat. Ja, ja. Das stimmt. Um. You reach outside the coffee shop and you can see Tiger and I already standing inside. Okay, good. What can I order you? Just a tea. A grey. If they hide it. You drink tea, but you're in a tank. Yes. But a tank can still have glass. No, das ist, das Wort zum Sonntag. No, zum Samstag. Oh, I assumed that she would want Motorola or something. But why wouldn't she? I guess I should be careful when I stare at her. Oh, man. Things D-Day. Yeah, yeah. Oh, god. Oh, god. She's talking about World War II. It doesn't matter, Panzer War. Was that? Everyone's favorite anyway. Oh, man. But you've got a massive tournament. They're a heavy tournament. Links. I think links. Links, yeah. Yeah, yeah, yeah. Because that's not... Okay, yeah. I had... Okay, yeah. Yeah, but you've got a way bigger gun and ammo rack and... So, that's what you... I don't know if that was the right answer. I think that's right. Whoa, no, I didn't mean it like... Okay, both of them were wrong. It's okay. I'm used to. I meant that you and Panzer IV are totally different things. Just because you're related doesn't mean everyone can expect you to be the exact same. I like you just how you are. And all? Uh, and all? And all? And all? And all? Kicks? Kicks? It's like... Like everyone thinks I was supposed to win the war all by myself. If you want my opinion, I'm kind of glad you weren't able to. Me too. She says as she holds your hand. Aber es war eine gute Veranstaltung. Es war fantastisch. Fantastisch. Ihr werdet den ganzen Abend aufräumen müssen, nicht nur euch Affen. Es ist romantisch. Es ist alles romantisch, Mann. So. Du bist so romantisch. Ist das eine Beleidigung überhaupt? Eigentlich nicht. Nein. Nun. Egal. Ich bedanke mich für's zu sehen. Das war's von Maddie, dem Zauberer, Dima, dem Meister-Propper und mir, dem normalen Host dieser Sendung. Ja, ja, ja. Willkommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao. Jetzt muss ich aufs Klo. Ich embargo hier an. Ich schau. Untertitelung des ZDF, 2020